Tachchen zum vierten Part. Wir haben gerade den Schlüssel gekriegt für Kale am See und den werden wir ihm jetzt auch geben. So. Damit können wir da hin, wo wir jetzt die Tür offen bekommen haben. Banana-Porter. Und dann gehen wir mal da hin. So. Im nächsten Level, wo wir jetzt hin müssen, da nehmen wir dann Didi-Kong zum ersten Mal, weil da brauchen wir Didi-Kong wirklich sehr dringend. Im ersten Level, ja, da brauchen wir nicht so extrem dringend. Zumindest jetzt nicht. Die zwei. Fürs zweite Wäldchen. Oh, der Herr hätte gerne fünf. Wie viel haben wir? Wir haben genau fünf. Nächstes Level also. Oh, der Herr ist. Oh, der Herr ist. Tja, oder doch? Azteken Arena! Das zweite Level. Erstmal mit dem... ...Kremlingen. Na, magst du. Aaaaaah. Egal. So, damit geht diese Tür auf. Und in dieser Tür... ...auf jeden Fall ein... ...Negis, was wir brauchen. Unter anderem ein Donkey Kong-Fast, aber das können wir noch nicht benutzen. Das werden wir aber auch im Laufe dieses Levels benutzen können. Ja, den werden wir auch befreien. Aber als erstes werden wir hier... Ach. Als erstes werden wir in den Musikladen gehen. ...Negis, wenn wir hierren. ... Musik Ja klar Diese Bongo verfolgt Donkey Kong seitdem immer Musik 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 So dann sammeln wir auch paar Bananen jetzt wieder ein Musik Musik Aber die Bananen haben wir ja auch noch lieben Musik Oder eher die Bananen brauchen wir auch noch Musik Und dann helfen wir ihm Mit seinem Käfig Musik 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 Doch das ist keine Bongo Das ist eine Gitarre Und Donkey Kong hat keine Gitarre Musik Musik Dementsprechend können wir das gar nicht mit Donkey Kong machen Musik Das heißt also jetzt kommt Didis erster Einsatz Musik Didi Kong Musik 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 So jetzt müssen wir erstmal die Münzen für den Musikladen holen Musik So haben wir damit Musik Musik Und dann gehen wir auch mal gleich hin Musik 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 Ach das haben wir eben auch schon gelesen Jetzt erst. Macht ja auch nichts. Er sitzt da sowieso schon lange fest. Also naja, ob es nur zwei Minuten länger da fest sitzt oder nicht. Dann gehen wir mal los. Jo, wir haben ihn doch nicht befreit. Schade. Aber egal, dann gehen wir mal weiter. Und das machen wir jetzt aber mit Diddy Kong. Gehen wir hier lang. Ich glaube, wir haben Diddy 2. Egal. Aber Donkey Kong hat ja genug. So ist Diddy wieder raus. Donkey Kong dabei. So schnell geht das. Und dann besuchen wir ihn wieder mal. Den Cranky. Okay, er zählt ja mal den gleichen Blödsinn. Kong Power. So, mehr kann er für mich nicht machen. Das ist völlig okay. Mehr kann ich auch nicht helfen. So. Ach, hier sind zwei. Auch gut zu wissen. Ja, okay. Dann gehen wir durch den Treibsand. Und hier lang. Weiter. Weiter. Nummer zwei. Nummer drei. Wo wir ihn waren. Und Nummer vier. So, das sind hier diese Kristallgugeln. Davon haben wir auch. Zwanzig. Ja. Und damit können wir jetzt auch wieder Sachen anstellen. Hier. Keine Warn. Dann haben wir hier aber welche. Und hier ist so ein Donkey Kong Fass. Dafür müssen wir aber erstmal dieses Tor aufkriegen. Davor bringt uns dieses Donkey Kong Fass eigentlich überhaupt nichts. Und wir besuchen auch mal Fungy Kong wieder. Na, schade. Aber dafür werden wir dann. Haben wir wieder volle Muni. Voll der Gamer. Voll der Kürze Abmunition. Oh. Okay. Auf den Bäumen ist nichts. Dann ist das für jemand anders. Ah, es ist gespoilert. Aber egal. Schalter. In diesem Himmelsreich. Da gibt es auch einiges. Eigentlich glaube ich. Also hier gibt es. Ja, okay. Hier gibt es. Genau. Das ist ein Schalter. Ein Flugschalter. Das ist ein Schalter, der halt nur... eine Luft gibt und irgendwas bewirkt. In dem Falle jemanden befreien. Und wir können dann jetzt in diesem Palast, wenn wir eine dieser Sachen haben, da zum Beispiel die Kopfhörer, die vorhin erwähnt wurden, dann gehen wir noch mal wieder zurück. Ah, Donkey. Okay. So. Ein mit dir. Oh, da ist ein neuer Affe. Ja, wir sind derjenige, der ihm hilft. Hier sind interne Porter. Also wir können nicht mit eins jetzt raus wieder teleportieren, sondern... Wir können jetzt nur mit eins hier zu dieser Eins. Ja. Und wir setzen unsere Bongas ein. So, was ist jetzt mit diesem Wasser passiert... Also was jetzt mit der Lauer passiert ist, habt ihr gesehen? Es wird zu Wasser. Und was hinter dieser Tür ist. Und überhaupt... Was alles passiert, erfahrt ihr im nächsten Part. Also bis dann und ciao.